Hallo, grüße euch, Chris Antonieter von Kroner Hit und Frontman von Dirty Impact. Ich habe eine Einladung für euch und zwar am 25. Oktober gibt es das Bloody Wonderland in Klagenfurt. Da wird es richtig gruselig. Monster Show, da gibt es für euch Pyrotechnik, Feuershow, Top DJs, Mike Candice, Dirty Impact, Dominic Chardin. Alle Infos für euch online auf bloodywonderland.com sowie auf der Facebookseite von Bloody Wonderland. Also unbedingt hinschauen, wir sehen uns dort, wir freuen uns auf euch. Wieder.